Ich gebe ab, mein Günther Peter Pflug, zu begegnen Italien, Südkorea. Hier ist wieder Poema, die Koreaner in Rot von rechts nach links. Sie spielen weiter ganz munter mit, das ist gefährlich, aber etwa nur bis 30 Meter vor das Tor von Giovanni Galli. Italiener spielbestimmend, tonangebend mit den besten Chancen. Er ist der fünchste Werberminister draußen, wegen der zwei gelben Karten. Auch er gehörte 1982 zur Stammformation. Henry Behrzeug, der Trainer, der Schweiger aus Schnauhe, ist ein Mann, der gerne festhält, dann als hergebrachtem, also Wertem. Joe, Joe Fang Re, jetzt mal mit 4 gegen 4. 0 zu 0, natürlich immer noch der Spielstand.